Die Überraschung war schon so, als ich zwei, drei Jahre alt war und dann doch mal nachgezählt habe, dass meine Mutter eigentlich nur ein Auge statt zwei hatten, alle anderen Mütter hatten zwei. Das hat mich ein bisschen gegrämt und als ich dann gefragt habe, wie das denn so gekommen ist, hat sie mich schon relativ früh in die Infektologie und Parasitologie eingeführt, indem sie mir... Ja, herzlich willkommen zu einem weiteren Spitzengespräch. Heute habe ich hier wieder mal einen Kollegen bei mir und zwar, denke ich, jemanden, der schon etwas Außergewöhnliches ist, denn zumindest ich kenne niemanden, der sich so intensiv mit Infektionskrankheiten und ihren Folgen beschäftigt hat. Herzlich willkommen, Herr Kollege Jan Rossek. Dankeschön, Herr Professor. Ich freue mich sehr und fühle mich auch sehr geehrt, dass ich mal hier in dieser Runde im Spitzengespräch dabei sein kann. Ich weiß ja, Sie haben schon viele, viele Kollegen und auch Menschen aus anderen Fachbereichen zu Wort kommen lassen und ich freue mich ganz besonders und herzlichen Dank nochmal dafür, dass ich das auch heute darf. Ja, also, das war ja nur ein Stichwort mit den chronischen Infektionskrankheiten. Vielleicht erzählen Sie mal den Zuhörern so ein bisschen, wie Sie in diese Position, spezielle Position als Arzt gekommen sind. Gut, die wichtigste Eigenschaft, die man haben muss, ist erstmal die neue Gierde und dann natürlich die Überraschung, weil die Überraschung war schon so, als ich zwei, drei Jahre alt war und dann doch mal nachgezählt habe, dass meine Mutter eigentlich nur ein Auge statt zwei hatten. Alle anderen Mütter hatten zwei. Das hat mich ein bisschen gegrämt und als ich dann gefragt habe, wie das denn so gekommen ist, hat sie mich schon relativ früh in die Infektologie und Parasitologie eingeführt, indem sie mir, sie war ja selber Ärztin, gesagt hat, ja, lieber Junge, das musst du wissen, deine Großmutter, das Fähnchen, das hat leider eine Infektion bekommen, während sie schwanger war mit mir und das hat dazu geführt, dass eben halt dieser Erreger sich in meinem Kopf mein Auge ausgesucht hat, welches mir jetzt fehlt und dann ist es eben halt, als ich geboren wurde, leider nicht in Funktion gewesen und es wurde dann entfernt und so hast du nur ein Auge zur Verfügung, aber zum Troste sage ich dir mal, deine Schwester, schau, die sitzt neben dir, schau ihr mal in beide Augen gleichzeitig, wenn dir das gelingt, dann gräm dich weiter und das ist mir nicht gelungen und da war ich überzeugt, es reicht, wenn man jemand anschaut, auch in so einem Spitzengespräch ein Auge im Grunde. So war ich aber schon in der Parasitologie und mich hat natürlich dann sehr, sehr auch schon als ganz kleines Kind beschäftigt, wie geht das, dass ein Erreger daherkommt und oft meine Großmutter springt und dann also in den Mutterleib hinein und dann auch noch in den Uterus, also wie ist das alles möglich? Das war natürlich damals unvorstellbar, aber es kam was dazwischen, nämlich wunderbare Literatur über den Weltraum, über Astronomie und ich bin dann relativ schnell von dem Parasitenthema weg in den Weltraum abgeschweift, bekam dann auch sehr früh von meinem Großvater ein Teleskop geschenkt, mit dem man ja doch etwas weiter schauen kann als mit dem normalen unbewaffneten Auge und dann habe ich mich doch entschlossen, da ich auch einen Onkel hatte, den Bruder meiner Mutter, der ja ein Ingenieur war, aber sehr, sehr viel von Astrophysik verstand, dass ich doch Astrophysiker werden wollte und um es ganz kurz zu sagen, mir fiel dann auf, dass man mit den Sternen wenig sprechen kann und da ich sehr kommunikativ bin, weil wir aus einer rheinischen Familie kommen, mit ein bisschen schlesischem, oberschlesischem Hintergrund, da wird sehr, sehr viel gesprochen und sehr emotional und auch sehr schnell bei uns, die waren alle recht fit im Kopf und dann habe ich mich dann doch mal besonnen, habe gesagt, naja, die Sterne sind mir doch zu weit weg und Mama hatte natürlich in der Praxis eben halt die unmittelbaren Neben der Wohnung war, man konnte vom Wohnzimmer ins Sprechzimmer gehen, natürlich viele, viele Patienten, die sich auch für uns Kinder interessiert haben und wir haben also fleißig immer zugehört und durften dann auch die Hände schon schütteln, mussten dann hinterher sagen, na, wie war die Hand? Kräftiger Händedruck, weicher Händedruck, warme Temperatur, war es eiskalt oder feucht? Das musste man alles wissen und musste darauf antworten und hast du nicht gesehen, der hatte noch ein ganz grünes Gesicht, Mann Junge, der hatte was an der Nähe. Ja, Mama, habe ich gesehen. Also das war schon mal der erste enthusiastische Einstieg, erst die Enttäuschung, aber dann hinter die Neugier, hat dann überwiegt und so bin ich dann relativ schnell auf diese Themen gekommen, und habe mich auch en passant damit erstmal anfangs so nebenbei beschäftigt und bin dann natürlich ins Studium gegangen, hatte dann durch meine Schwester, die mir voraus war, zwei, drei Jahre, ja, die ist ja auch Ärztin geworden, auch mit demselben Thema Tropenmedizin, Infektologie, Hygiene, Toxikologie. Wir haben auch lange dann zusammengearbeitet in meiner ersten Anstellung, das war nämlich ein medizinisches Institut für Umwelthygiene und Silikoseforschung und ich bin also gleich in diesen Bereich hingestiegen, der glücklicherweise aber nicht nur rein theoretische Forschung gemacht hat, sondern auch schon eine große Tropenmedizinische Abteilung hatte, ein großes Labor hatte und hier, man glaubt es kaum, war natürlich gleich wieder die Parasitologie führen und ich habe mir gleich dann natürlich die Blutproben genommen, habe mich an die Mikroskope gesetzt und habe dann tausende von Urinen untersucht und Blutproben untersucht und durch die Anleitung erst der MTAs, dann natürlich auch des Professors, der der Leiter war, einer der ganz großen Hygieniker Deutschlands, Professor Schlippköter und auch der vielen Assistenten, es war ein Forschungsinstitut mit zwölf Abteilungen, wo jeder Abteilungsleiter habilitiert war und da gab es dann natürlich viel auch Grundlagenforschung und wir haben dann auch sehr viel in die Richtung Umweltmedizin geforscht und das ist dann auch meine Qualifikation geworden, Umweltmediziner und später dann auch die Tropenmedizin, da bin ich auch noch im Ausland gewesen, habe zweimal ein Bundesstipendium gehabt für die Ausbildung, als Tropenmediziner, also von internationalem Niveau in London und in Liverpool, die großen Einrichtungen mit hervorragenden Dozenten, die mich dann also nochmal weiter motiviert haben, nachzuforschen. Was aber aufgefallen war, schon bei den ersten Untersuchungen, wir haben zum Beispiel Kinder untersucht, haben da die Milchzähne eingesammelt auf dem Land und in der Stadt und konnten schon feststellen, dass es große Unterschiede gab was die Bleibelastung, damals gab es ja noch kein bleifreies Benzin, was die Bleibelastung angibt und dann haben wir auch Trinkwasserquellen untersucht, wir haben zum Beispiel auch Untersuchungen gemacht, wenn zum Beispiel Wohnungen oberhalb von chemischen Reinigungen waren, ob die Leute im Blut möglicherweise Lösungsmittel hatten und sowas haben wir auch gefunden oder wir sind ins Schwimmbad gegangen und haben dann da die Schwimmer vor und nach dem Schwimmen untersucht, weil die atmen ja das Chlor ein, was natürlich das Wasser desinfiziert und all solche Dinge haben wir gemacht. Aber der Schwerpunkt war dann für mich persönlich, auch als Umweltmediziner, doch hinter mir die Infektologie, sodass ich nachdem ich aus England wiederkam, insbesondere nach dem zweiten Mal, als ich aus Liverpool wiederkam, ich doch mich immer mehr um die Infektionen gekümmert habe und das Wichtigste, glaube ich, die Eigenschaft, die mich dann noch mal tiefer in die Materie gebracht hat, wenn man beide Eigenschaften, die man braucht, als Tropenmediziner und als Umweltmediziner, wenn man die kombiniert, nämlich zu achten auf das Biotop einerseits und das wäre ja im Extremfall der tropische Regenwald zum Beispiel, wo natürlich bestimmte Tiere herumfliegen, wir nennen die also Moskitos oder Vektoren, nennen wir die ja auch, die also Krankheitserreger übertragen können. Irgendwie muss ja meine Großmutter auch an diesen Erreger gekommen sein, in diesem Falle die Toxoplasmose. Je mehr man sich damit beschäftigt, dann sieht man auch, wie einseitig der Mediziner ausgebildet ist. Und ich glaube, hier ist die Kernfrage, die Sie wahrscheinlich dann irgendwann auch stellen, warum interessieren sich die anderen nicht so sehr dafür? Weil ihnen große Teile der Biologie fehlen, der Chemie, der Physik, der Toxikologie, alles Dinge, die in der Umweltmedizin, in der Tropenmedizin weniger vielleicht am Anfang eine Rolle gespielt haben, sodass man schon einen Fokus hatte, der weit außerhalb des normalen Fokus gelegen hat, also viel weitere Sichtweise. Und dieses ganze Biotop, in dem sich der Mensch aufhält, insbesondere auch dann, wenn er vielleicht auch noch Hund und Katze hat, die Katze ist Freigänger, die geht raus, der Hund läuft natürlich im Revier herum, infiziert sich interessanterweise auch wieder mit bestimmten Parasiten, und jetzt kommt die nächste Übertragungsmöglichkeit, die wohl meine Großmutter genutzt hat, wenn nämlich ein Haustier, das war in diesem Falle ein Hund, ungewöhnlich, denn die Toxoplasmose kommt normalerweise von der Katze, wenn also ein Haustier im Haus ist, dann habe ich wiederum Kontakte, die andere, die kein Haustier haben, nicht haben. Einerseits in der Natur draußen, also wieder Umweltmedizin sozusagen und in Biologie und ich habe die Möglichkeit, die Katze hat vielleicht ein besonders interessantes Temperament und kratzt mich gelegen, und ich beiße mich gelegentlich, dann komme ich mit ihrem Speichel in Kontakt oder ich komme mit ihren Krallen in Kontakt, unter denen, wenn vorher die Maus in den Krallen war, das Blut der Maus sich befindet und die Erreger sind dann da drin und die können möglicherweise übertragen werden oder was die Katze auch mit sich schleppt, das macht der Hund auch gelegentlich, das sind diese Vektoren, die so weit springen können, das sind die Flöhe und die Flöhe übertragen natürlich wiederum krank und durch diese Ausbildung, durch die Vielseitigkeit auch der Forschungsthemen, die wir hatten und die Fragen, die sich ergaben, hinzu die Ambulanz, die wir hatten, in der ja wunderbare Ingenieure, Techniker, Architekten und so weiter täglich bei uns ein und ausgingen, die für die großen Firmen in die tropischen Länder gingen, für zwei, drei oder vier Jahre, da mussten wir die voruntersuchen, also sind die überhaupt geeignet und als sie wieder kamen, müssen wir natürlich fragen, was hast du denn gehabt in der Zeit, bist du krank geworden und all diese Fragen haben wir natürlich kombiniert und das hat mich immer mehr motiviert, mich auch und da ist glaube ich das Stichwort eines wunderbaren Professors zu nennen, aus einer der ersten Vorlesungen, die ich in Liverpool hatte, der hat gesagt, Jungs, ihr braucht gar nicht, Mädelchen natürlich auch, ihr braucht gar nicht in die Tropen zu fahren, schaut hier aus dem Fenster in Liverpool und ihr werdet sehen, wir haben hier Würmer, wir haben hier Bakterien, wir haben hier Viren, und hier kann man sich alles holen, ihr braucht gar nicht weit weg zu fahren. Damit gab er ein Stichwort und dieses Stichwort ist wohl bei vielen Ärzten nicht gefallen, dass wir nämlich auch in unserer Heimat, in unserem Biotop, in unserem Zuhause sogar auch, Möglichkeiten haben, uns zu infizieren, mit bestimmten Erregern Kontakt aufzunehmen. Aber das ist ja gar kein Drama. Dann macht man, wie das zum Beispiel bei Erkältung der Fall ist, das kommt, das geht, alles wunderbar, nach vier Wochen ist man wieder kräftig, nicht gesund, kann weder Tennis spielen, Sport betreiben oder eben halt seinen normalen beruflichen Tätigkeiten nachgehen. Was aber, wenn das nicht funktioniert? Was aber, wenn der Mensch jetzt nach dieser Episode der Erkrankung, vielleicht nachdem er in den Tropen war, vielleicht nachdem er einen neuen Hund gekauft hat, vielleicht war er zufälligerweise auf einem Weg nach Tel Aviv, wie das gerade einem Patienten von mir passiert war, von einer Kratze so scharf gekratzt worden ist, dass der gesamte linke Arm blutig war. Und dieser Junge, um das Beispiel mal zu nennen, dieser Junge konnte dann nicht mehr Einsen schreiben. Der schrieb nämlich nur Einsen. Ja, ein brillant intelligenter Junge, der nach dem Besuch seiner Großmutter in Tel Aviv nur noch Dreien schrieb. Und da kam natürlich entsetzt die Mutter zu mir und hat gesagt, Rolf, sorg dafür, dass der Junge wieder Einsen schreibt. Und das ist dann eine Herausforderung. Der war natürlich schon bei sechs, acht oder zehn Ärzten gewesen und die sahen keinen Zusammenhang. Die haben vielleicht gedacht, der wäre faul oder hat jetzt eine Freundin. Der war gerade in dem Alter, wo man mal so ein bisschen schnuppert. Und das war aber alles nicht der Fall. Wir machen natürlich bei uns eine sehr ausführliche Anamnese, wo wir natürlich diese Sachen alle fragen. Ist denn da eine neue Freundin im Spiel? Was ist sonst passiert? Bist du gestürzt? Hast du einen Unfall gehabt? Oder wie auch immer. Das war aber alles nicht der Fall. Bis auf diese Verletzung, die sah ich natürlich an einem linken Unterarm. Da war er stark gekratzt worden und hatte mir erzählt, er wollte einmal mal ein Tier streicheln und leider war das ein wildes Tier. Nämlich Katzen sind ja teilweise relativ aggressiv auch zu den Menschen, wenn sie auch lieb und nett sein können, als Stubenkatzen. Das war aber eine streunende Katze. Und streunende Katzen, und jetzt kommen wir nämlich wieder auf ein wunderbares Feld zu sprechen, die haben natürlich besonders viele Erreger. Und das ist natürlich ganz wichtig zu wissen. Und das hat mich dann, nachdem ich mein Medizinstudium dann soweit erstmal abgeschlossen hatte, hat mich dann wiederum in ein besonderes Feld gebracht. Ich lernte nämlich einen Biologen dann kennen und der wollte unbedingt einen Verein gründen zur Erforschung der Infektionskrankheiten bei Hund und Katze. Und das ist jetzt fast 25 Jahre her. Und unser Ziel war eigentlich, weil uns aufgefallen war, dass jedes Jahr 1,5 Millionen Hunde nach Deutschland importiert werden. Das fanden wir schon erstaunlich. Aus Regionen, südliches Europa hauptsächlich, aber auch Maghreb-Staaten, also Tunesien, Marokko und so weiter. Und das Interessante ist, dass in dem Blut dieser Tiere, die ja alle dann in unsere heimischen Gefilde kommen, immer zu Hause dann sitzen, ob am Kuhdamm, an der Kö oder am Stachwurst, völlig egal. Diese Tiere auf jeden Fall haben andere Erreger im Blut als die bei uns heimischen, die wir endemisch nennen. Und die bringen praktisch die Endemie von da drüben mit hierher. Sie importieren also Erreger und eine Zahl von 1,5 Millionen Hunde, sind auch viele Katzen dabei, noch mehr als das. Die müssen einem natürlich zu denken geben. Und dann passierte nämlich genau das, was mich so interessiert hat und was uns auch nicht nur neugierig macht, sondern in der Verantwortung mussten wir auch unser Rat da eben abgeben. Und zwar in der Universitätsklinik in Aachen. Da lag ein kleines Kind, drei Jahre alt, was eine Erkrankung hatte und es wäre beinahe schon gestorben, wenn nicht der Biologe, mit dem ich den Verein gegründet habe, Parasitus X heißt der, weg mit den Parasiten sozusagen, sitzt in der Nähe von Bonn. Und dieser Biologe, der sich promoviert hat über eine bestimmte Erkrankung, die eigentlich in Deutschland noch nicht zu dem damaligen Zeitpunkt eigentlich richtig heimisch war, er hat nämlich in Griechenland seine Doktorarbeit geschrieben über die Leischmaniose, eine Parasitose, die, und das ist wieder das Entscheidende, wir sehen also, wie differenziert die Kenntnisse hier sein müssen, ab dem vierten Lebensjahr uns nicht mit dem Tode bedroht, aber unter vier Jahren jedes Kind, was infiziert ist, stirbt. Wow. Und jetzt wird es spannend. Natürlich, wenn der Biologe dann auftritt in der Universitätsklinik, wo die Professoren, die Oberärzte, die Habilitierten da alle stehen, die wollen sich natürlich nicht den guten Rat des Biologen ansehen. Ja, da das aber eben halt sehr moribund war, das Kind, und mir die Diskussion nicht verlängern konnte, sondern es hätte dann vielleicht doch einen Todesfall gegeben, haben sie sich über das, was sich der Doktor da hat einfallen lassen, gewundert, nämlich er meinte, dieses Kind habe eine Leischmaniose. Lachte einer der Oberärzte und sagte, wir haben ja nicht das Reservoir und wir haben auch nicht den Vektor, den Überträger, die Sandmücke. Und da sagte der Biologe dann, Thorsten Nauke, Dr. Thorsten Nauke heute, ja, das tut mir leid, Herr Doktor, das stimmt nicht ganz, wie Sie das sagen, und wenn das Kind eine Leischmaniose hat, dann stirbt das definitiv. Naja gut, man hat es dann behandelt für viele tausend Euro, das ist ein relativ teures Antiparasitikum. Und das war der Einstieg in unsere Forschungsarbeit mit importierten Tieren, Hund und Katze und mittlerweile sind es tausende, denn wir haben ein eigenes Labor und untersuchen die auch auf mindestens zehn Erreger, wenn nicht noch manchmal mehr. Und das hat meine Bedenken nochmal verstärkt, dass vielleicht doch in unseren Humanpatienten eben halt Erreger zu finden sein könnten, vergleichbar den Erregern beim Hund und bei der Katze. Und dafür braucht man aber spezielle Teste. Und diese Teste, die kann man nicht überall zur Verfügung gestellt bekommen. Das heißt, nicht jedes Labor verfügt über diese Testsysteme, die wir natürlich per se von vorne durch die Veterinärmedizin und die Kombination mit der Biologie kannten, natürlich in unserem Labor etabliert haben. Uns konnten so Nachweise führen. Und da oft die Nachweise nicht gelungen waren bei meinen Patienten, ich habe ja dann die Praxis meiner Mutter nach ihrem Tode betreut in Düsseldorf, war dann aber schon in Berlin tätig, hatte da auch mehrere Praxen, die ich dann gecoacht habe, was diese Infektologien angeht. Das habe ich ja schon sehr, sehr früh gemacht. Und dann haben wir teilweise aus Forschungsgründen einfach mal das Blut der Menschen auch in diesem Labor untersucht. Einfach aus Forschungsaspekten heraus diagnostizieren dürfen wir ja da nicht. Und da haben wir aber erkannt dann, dass diese Forschungsergebnisse kleine Widersprüche aufzeigen gegenüber der Normaldiagnostik in dem Normallabor. Und auch das hat mich natürlich wiederum veranlasst, darüber nachzudenken, wie kann man diesen Missstand beenden? Welche Labore haben denn solche Möglichkeiten im Humanbereich? Und ich erinnerte mich an einen Professor Ackermann in diesem Falle, der war in Köln ansässig und hatte da ein wunderbares Labor. Und zudem hatte meine Mutter schon hingeschickt, als es damals um Borreliose, mögliche Co-Infektionen auch ging. Und dann habe ich Ackermann angesprochen und wir haben dann zu Ackermann gefickt. Also alles aus Berlin ging dann erst mal zu Ackermann. Später kamen natürlich auch noch andere Labore dazu. Es gibt heute mindestens drei, vier Labore, die soweit sind. Das Erstaunliche ist aber, dass sich die Fachkollegen auch, obwohl jetzt Jahrzehnte vergangen sind, nicht so intensiv mit diesem Thema beschäftigen. Da ich ja, wie ich gesagt habe, reinig früh mit der Nase wie die Katze in die Milch gestoßen worden bin, habe ich von dem Thema natürlich nicht mehr abgelassen und habe auch durch diesen Biologen dann, der brillante Intelligenz hat, sehr viel Erfahrung hatte, der auch mit Bayer zusammengearbeitet hat. Er hat insgesamt, glaube ich, zehn Praktika bei Bayer gemacht und jeweils in einer anderen Abteilung. Kannte sich also. Bayer ist ja fraktioniert in verschiedene Bayer-Humanen. Bayer-Crop, die kümmern sich um die Pflanzen und dann auch Bayer-Wett. Und bei Bayer-Wett war er eben halt zu Hause und ist da ein- und ausgegangen. So hatten wir also sehr viel auch mit den Forschungsergebnissen von Bayer zu tun. Er hat dann auch eigene Forschungsprojekte mit uns gemacht und wir machen heute noch entsprechende Untersuchungen. Auch hier ein Beispiel, damit man mal begreift, wie das Ganze mit uns und unserer Gesellschaft auch zu tun hat. Ich komme ja später dann auf die Dinge zu sprechen, die möglicherweise auch die Therapeuten, die hier zuhören, interessieren könnten. Wir bekamen die Nachricht aus Österreich von einigen Veterinärpraxen, das mittlerweile um einen ganz bestimmten See, ich werde ihn jetzt noch nicht nennen, herumt. Tiere, eben halt Hunde in diesem Fall mit Leishmaniose gesichtet wurden in den Veterinärpraxen. Und es war unklar und war auch von Anfang an eigentlich so ein klein wenig schon deutlich oder zumindest bestand der Verdacht, dass diese Tiere eben halt nicht importiert waren, sondern dass die heimisch waren und sich möglicherweise infiziert haben könnten. Da aber in Österreich nicht bekannt war, dass der Vektor, die Sandmücke, zur Verfügung steht, die Phlebotom, in diesem Fall glaube ich Phlebotomus mass city, die sollte es da nicht geben, hatten wir sofort innerhalb von 24 Stunden die Entscheidung getroffen, wir müssen das jetzt untersuchen, ob es die Überträger gibt. Also haben wir Bayer angerufen, die haben uns mit 80 Bauernhöfen kontaktiert über ihre Salesleute und am nächsten Tag schon sind wir darunter, haben unsere amerikanischen Fallen da aufgestellt, in 80 Bauernhöfen in den Scheunen und am übernächsten Tag ist Thorsten schon runter mit seiner Frau und hat schon die entsprechenden gefangenen Tiere, das wird auch ganz interessant gemacht, kann ich gleich mal erzählen, untersucht und siehe da, wir haben die Sandmücken gefunden. Das heißt, wir hatten den Vektor da und die Tiere, mit Leishmaniose, die, das wussten wir ja schon vorher, die gab es und wahrhaftig waren diese Tiere in Österreich infiziert worden und das war natürlich eine schwierige Situation, denn wenn man sich vorstellt, was weiß ich, ihre Tochter hat ein kleines Enkelchen, das liegt jetzt im Garten unter vier Jahren, man hat vielleicht diese typischen Handtücher, man hat so ein Reihenhaus und hat auch Reihengärten sozusagen, im einen Garten steht ihr Enkelchen mit drei Jahren oder zwei, im Kindergarten und oben auf der Dachrinne sitzt eine Sandmücke, die entdeckt den importierten Hund aus Griechenland im Nachbargarten, geht da runter, fliegt da hin und dann sticht diese Sandmücke eben diesen Hund. Setzt sich dann wieder gemütlich in ihr Zuhause oben in der Dachrinne und ein paar Tage später, wenn sie dann reif ist sozusagen, die Übertragung zu gewährleisten, stürzt sie sich mal wieder bei schönem Wetter wie heute, Enkelchen liegt wieder draußen und schreit oder ist ganz zufrieden, nachdem es gestillt ist und dann wird es einfach mal schnell gestochen an der Sand. Was hat das Kind? Leishmaniose? Wie alt ist das Kind? Unter vier Jahre. Was bedeutet das? Es stirbt. 100 Prozent. Immer. Alle Kinder unter vier Jahren sterben. So haben wir dann natürlich gleich den Professor Asperg eingeschaltet. Das ist die Lichtgestalt der Parasitologie in Österreich und haben gleich gekundetan, dass es hier um eine Neuentdeckung handelt, dass also wir jetzt in der Lage waren, nach zwei Tagen schon hier diese Sandmücken nachzuweisen und wir wissen eben, es gibt genug infizierte Hunde und das hat dazu geführt. Asperg hat natürlich gleich am großen Rad gedreht, dass das gesamte Heer Österreichs untersucht worden ist auf Leishmaniose. Ein Drittel waren infiziert durch ihre Out-of-Area-Einsätze. Ja, denn die sind ja teilweise auch draußen, also auch in Gebieten, wo eben Leishmaniose übertragen wird und da diese nicht sterilisierten Soldaten sozusagen jederzeit über eine Sandmücke gestochen werden können und diese Sandmücke kann dann genauso ein Enkelchen, wenn es auch nicht ihres ist, aber ein anderes natürlich stechen, infizieren und damit letztendlich töten, wurden alle eben halt behandelt. Also das war mal schnell gesprochen das, was wir in der Forschung machen können. Die heutige Forschung ist natürlich ganz anders strukturiert. Da muss man, ich habe ja selber dann auch Forschung gemacht, in verschiedenen Instituten, unter anderem auch vom Tropen-Institut in Berlin, wo ich später gearbeitet habe, aber auch in diesem Umweltinstitut in Düsseldorf. Die wird ja über Jahre hinaus geplant. Ja, da werden die Gelder eingestellt, da werden die Projekte besprochen, da wird die Planung gemacht. Sie wissen es ja als Professor besser als ich noch und auf jeden Fall kann man so schnell gar nicht reagieren. Übrigens ein großer Nachteil der modernen Forschung, das Einzige, was es gibt, ist in Amerika eben halt eine Einrichtung, die sich die Disease Detectives nennt, also Krankheitsdetektive, die kurzfristig über die WHO oder ähnlich natürlich ausgesandt werden, wenn akute Ausbrüche sind. Das ist aber alles eben halt Bevölkerungsmedizin und was ich ja mache, um darauf zu sprechen zu kommen, ich mache ja Individualmedizin. Die Frage ist ja völlig klar, dass man in Philippinen oder auch in Afrika möglicherweise Ausbrüche haben kann von Ebola, von anderen Erkrankungen. aber was wir ja eben halt nicht machen, wir machen keine Bevölkerungsmedizin, vielleicht mit den Hunden machen wir Bevölkerungsmedizin, weil ja die großen Massen natürlich kommen, aber wir haben natürlich bei uns in der Praxis Patienten. Ich habe ja in Berlin mittlerweile wieder eine Praxis, ich hatte also die in Düsseldorf, die habe ich dann geschlossen, weil mir der Weg immer zu weit war, darüber zu fliegen und dann habe ich drei Kollegen in Berlin betreut, auch mit sehr großen internistischen Praxen unter diesem selben Aspekt, mit sehr, sehr großem Erfolg und waren auch wunderbare Kollegen, damit muss ich mich nochmal herzlich bedanken und was wir dann gemacht haben, wir haben eben halt uns schwerpunktmäßig um Patienten gekümmert, die eigentlich hätten auch an anderer Stelle diagnostiziert werden können, aber erstens sind die Teste nicht so bekannt, es gibt nur wenige Labore, die das beherrschen, zweitens gibt es nur relativ wenige Kollegen, die überhaupt ein Augenmerk dafür haben, weil es in der Ausbildung teilweise so noch nicht, will ich mal sagen, vorsichtig vermittelt wird oder manchmal ist auch kein Interesse da, das gibt es auch und nicht jeder kommt natürlich wie ich über die Biologie, die Physik und Chemie, ich habe noch Chemie studiert, bevor ich Medizin gemacht habe und dann war es mir vielleicht auch leichter in die Toxikologie, in die Umweltmedizin einzusteigen. Wichtig ist aber, dass für alle Patienten, die zu uns kommen, immer die gleichen Regeln gelten, das heißt, sie müssen eine sehr ausführliche Anamnese bevor sie zu uns kommen, ausfüllen, wir ergänzen sie dann nochmal durch ganz dezidierte Fragen, wobei eben die alle reisende Rolle spielen, die Vorgeschichte natürlich innerhalb der Familie, auch denken Sie an meine Mutter, natürlich was hatte die Mutter, ist sie mal krank gewesen, was hatte die Großmutter, wir streuen also unsere Fragen sehr, sehr, sehr weit, das heißt, der Patient kommt schon mit hohen Details in seiner Anamnese zu uns, es gibt immer einen Bogen, wo nach Tieren gefragt wird, Haustieren oder auch Kontakte in der Natur, nämlich den Jäger zum Beispiel, den Waldarbeiter und so weiter, die ja ganz andere Expositionsrisiken haben, genau wie wir in unserem Institut in Düsseldorf eben halt Lufthygien- und Silikoseforschung betrieben haben und da war natürlich derjenige, der Bergmann, der war natürlich derjenige, der da unten den Staub eingeatmet hat und hat natürlich seine Silikose bekommen, seine Staublunge und hier sieht man wieder den Zusammenhang zwischen Krankheit und Umwelt und in der Biologie ist dieser Zusammenhang etwas dynamischer, weil es geht ja darum, ich gehe runter, ich erzähle gleich noch eine ganz wunderbare Geschichte aus dem Mittelmeerraum auch, wir gehen also nach Afrika, in diesem Falle mal als Ingenieur oder wir haben auch Leute gehabt, die eben halt für die deutsche Ferro-Stahl heruntergegangen sind nach Indonesien und dann lebt man dann in einer gewissen Exposition und dann kann man sich jederzeit natürlich eine Malaria holen oder eine Hepatitis und viele andere Sachen auch. Das, was bei uns eben halt leider übersehen wird und das macht diese ganze Diskussion oft schwierig, leider gibt es auch Konflikte mit den Kollegen teilweise, auch im universitären Bereich, weil man häufig eher geht und das ist der nächste schwierige Punkt in unserem Gesundheitssystem, Menschen, die dauerhaft müde und dauerhaft chronisch krank sind, die werden noch eine gewisse Zeit toleriert, von der Familie sowieso, aber dann von den Ärzten vielleicht etwas verkürzt und dann versucht man, wenn man keine Antwort hat, eine bestimmte Ecke immer wieder aufzusetzen, ist es die psychosomatische und im ungünstigsten Fall auch die psychiatrische. Das wollte ich gerade fragen, wer hat ja angefangen mit den akuten Infektionskrankheiten, aber sie haben ja noch einen ganz großen Fokus auf diesen chronischen Krankheiten, die ja normalerweise, ich kenne kaum jemanden, der sich auch nur in Deuter darum kümmert. Ja, das ist vollkommen wichtig. Das ist eine ganz, ganz wichtige Frage, denn die akuten Infektionskrankheiten sind ja die klassischen Lehrbuchinfektionen, die natürlich auch durch den Einser-Kandidat, das sind ja fast alles nur noch Ärzte, die ja im Abitur 1 hatten da, natürlich wunderbar beherrscht werden und dann habe ich die drei, vier Symptome, dann habe ich vielleicht diese Protomal-Erscheinungen, die da auftreten, wir kennen das ja von den Kindern, ich komme da gleich nochmal drauf zu sprechen, die werden natürlich dann irgendwann nach drei, vier Tagen, wo sie so ein bisschen unleidig sind und kleine Symptome haben, dann werden sie akut krank und dann verläuft das nach dem klassischen Muster und dann ist das nach zwei, drei, vier, sechs Wochen, Masern, wie auch immer, ist das weg. Viele sind ja auch heute geimpft, das heißt auch die klassischen Infektionskrankheiten bei den Kindern, die Kinderkrankheiten gibt es ja nicht mehr so viel und dann ist die Sache erledigt. Das ist aber leider eben halt gar nicht so einfach bei den chronischen Infektionen. Die chronischen Infektionen kann man sagen, per saldo, werden überhaupt nicht erkannt. Warum? Weil die Leute Symptome haben, die eigentlich resultieren aus dem psychosomatischen Sektor. Das heißt, die Leute sind einfach müde, erschöpft, die sind manchmal depressiv, die sind gereizt, die sind nervös, die sind berührungsempfindlich, die sind von den Geräuschen her sehr empfindlich, die sagen manchmal auch, ich mache das Licht nicht so hell, ist ja furchtbar. Sie merken auch abends, wenn sie Auto fahren, dass sie nicht mehr so gut fahren können, da kommt dann dieses helle Licht entgegen von dem entgegenfahrenden Fahrzeug und das können sie alles nicht vertragen. Sie sind insgesamt sehr, sehr sensibel. Und das versteht man natürlich nicht, führt auch zu Konflikten in der Familie. Männer streiten sich, mit ihren Frauen oder umgekehrt, wenn beide infiziert sind, ist es eine Katastrophe. Und das, was jetzt fehlt, das ist das klassische Krankheitsbild oder das, was wir als pathogenomolische Zeichen nennen, wo ich sage, ah ja, der hat Masern, ah ja, Keuchhusen, da weiß jeder, der einmal ein Keuchhusenkind erlebt hat, das ist Keuchhusen, das fehlt hier völlig. Das heißt, wir haben nur dominant die Müdigkeit, die Erschöpfung, die Muskelschmerzen, die Gelenkschmerzen und ebenso manche psychosomatische Beschwerden, oder eben halt auch wirklich depressive Symptomatik und das auch noch schwankend, manchmal auch aggressiv und dann wieder depressiv oder auf jeden Fall diese permanente Erschöpfung. Das, was wir später mal, und da läuft die Forschung ja schon ziemlich lange, als chronische Müdigkeit bezeichnet haben. Und dann kam noch ME-CFS dazu, weil offensichtlich Myalgic Encephalitis, da war also der Kopf dann gleich mit drin, die Muskeln waren da drin. Dann gab es dieses Fibromyalgie-Syndrom. Alles, wie das mal ein sehr schlauer Mediziner gesagt hat, Kavid-Diagnosen, also Diagnosen, die eigentlich vorbeigehen, die nicht so kommen wie Masern, wie Röteln, wie Keuchhusten, sondern die versuchen jetzt eigentlich hilflos eine Lösung zu finden. Ich muss ja erstmal mit dem Kind einen Namen geben, denn sonst stehe ich ja als Arzt dumm da. Was habe ich denn? Ja, eigentlich müsste der Arzt jetzt sagen, weiß ich nicht. Aber welcher Arzt macht das gerne? Die wenigsten eigentlich. Verstehe ich auch. Und jetzt greifen wir nach Begriffen wie essentieller Hochdruck. Was ist das? Ja? Oder chronische Müdigkeit. Kann man gar nicht darauf antworten. Was soll das sein? Oder Fibromyalgie, wenn also eben halt die Myalgie noch dabei ist, die Muskelschmerzen. Verstehe ich sehr gut. Was man zumindest mal macht, logisch, bringt man die Leute nach Kriterien, wie man es ja früher auch gemacht, in bestimmte Gruppen von Krankheiten. Was man nicht so sehr macht, und das ist halt unsere Stärke, wir suchen immer nach den Ursachen. Das heißt, wir lassen uns mit der Symptomatik nicht zufriedenstellen. Wir greifen auch nicht zu irgendeinem Etikett und kleben es dem Patienten auf, sondern wir sagen, mein Gott, wie kommt der dazu? Nehmen wir auch mal das Beispiel, viele haben eben halt dauernd die Lust, Süße zu essen. Das wird dann auf den Charakter geschoben. Er reißt sich nicht zusammen, warum isst du so viel Schokolade? Ich habe dir immer schon gesagt, Zucker ist nicht gesund. Er stimmt ja auch. Ich frage aber, warum isst dieser Patient drei Tafeln Schokolade am Tag? Woher kommt dieser Bedarf? Und wenn man dann den Sachen wirklich auf den Grund geht und das Erste, was man findet, das ist, dass der Blutzuck teilweise wirklich bis in den Keller fällt, wenn man das überprüft, dann muss man sich wieder fragen, wie kommt das? Sicher, ich will jetzt nicht auf den Metabolismus so im Einzelnen eingehen, dafür ist das Gespräch hier nicht geeignet. Es geht mir mehr darum, den vielleicht Therapeuten, die hier zuhören oder den Betroffenen, die hier zuhören, klarzumachen, wir haben so viele undefinierte Krankheiten, die nur unter groben Etiketten sozusagen dahin wabern und der Patient fühlt sich eigentlich missverstanden, er fühlt sich auch nicht richtig respektiert und der Arzt ist sich so neugierig und so bissig und hartnäckig wie Reinhold Messner, der ja auf alle Achttausender wollte. Für mich sind die Patienten eben meine Achttausender und wir versuchen, das Ganze eben halt wirklich bis zum Punkt zu bringen. Das heißt, wir nutzen heute sämtliche Möglichkeiten aus der Systemmedizin, der sogenannten Function- oder Funktionsmedizin, wo man eben all den Sachen mit sehr raffinierten Labortesten, die ja heute en masse zur Verfügung stellen, wir machen natürlich eine kritische Auswahl und versuchen aber eben halt mit diesen Testen den Patienten soweit einzukreisen und durch die Befragung, ich hatte ja gesagt, wir haben eine intensive, lange Anamnese und wir haben ja in der Privatpraxis natürlich mehr Zeit als die Kassenärzte. Das muss man auch sagen. Die Kollegen arbeiten wirklich extrem, also meine Schwiegertochter hat 150 Patienten am Tag. Das kann ich gar nicht, schaffe ich gar nicht. Ich frage mich natürlich auch, wie viel Zeit bleibt da noch? Wie viel Zeit bleibt für die ehrliche Ursachensuche? Ich glaube mal, auch im Dialog mit ihr, sie ist eine tolle Frau und eine gute Ärztin, perfekt, muss ich dann auch eine Einser-Kandidatin. Sie schafft das natürlich nicht, der Sache so auf den Grund zu gehen, wie ich das mache. Insofern muss man auch sagen, die Routine-Medizin kann viele Dinge nicht leisten. Das stört mich aber nicht. Was mich stört, nehmen wir mal ein hartes Beispiel und diese mehren sich leider und haben sich über die vielen Jahre immer wiederholt. Wenn eine Frau, die 3000 Angestellte hat, bei mir im Stuhl sitzt und plötzlich weint und ich sage, nee, die Frau, Entschuldigung, ich habe Ihnen doch gar nichts getan. Warum weinen Sie denn? Nein, nein, Herr Janssen-Rosek, nicht wegen Ihnen. Aber die Oberärztin in der Freiburger Universitätsklinik, die hat mich angeschrien, als ich die Diagnose genannt habe, die Sie mir genannt haben. Diese Frau hatte nämlich eine Barbäsien-Infektion. Das ist eine Malaria des Nordens, die kaum ein Arzt kennt. Hier hatten wir relativ schnell über den Nachtschweiß, vermeintliche Wechseljahrsbeschwerden, hatten wir diese Diagnose stellen können, denn wir gehen dem Nachtschweiß nach. Da gibt es im Grunde nur drei kardinale Ursachen. Das ist die Brutzelose, eine häufige, sehr häufige, eigentlich die häufigste Zoonose, Krankheiten, die von Tieren direkt oder indirekt auf Menschen übertragen werden. Das zweite ist die Tobakulose, die heute seltener geworden ist, aber nicht ausgestorben ist. Und das dritte ist die Barbisiose, die relativ häufig ist. Es wird immer über die Literatur behaupten, das stimmt nicht. Wir sehen aber, gucken wir nur ein Beispiel an, das Robert-Koch-Institut hat eine Untersuchung gemacht, in diesem Fall in Person durch den Dr. Hagedorn. Er hat das damals auch in Steglitz auf einer Veranstaltung vorgetragen. Die haben an mehreren Stellen, ich glaube, fünf Stellen in Berlin Zecken gesammelt. Und an dem Weg, der um den Wannsee herumführt, wo so mancher Tourist auch schon lang spaziert ist, da haben sie auch Zecken gesammelt. Und man höre und staune, in diesen Zecken, so Hagedorn, die Arbeit kann man nachlesen, gab es mehr Barbisien, Herr Reger, der Malaria des Nordens, als Borrelien. Ja, was ist das denn? Also kann es doch immer wieder die Gelegenheit geben, wenn der Tourist oder die Kinder des Touristen sozusagen sagen, ach, lassen wir doch mal am Wannsee langgehen, den kennt ja nur jeder. Dann wollen wir mal sehen, ach, die Tochter hat sich eine Zecke eingefangen. Jetzt schwitzt die auf einmal nachts. Hat noch nie nachts geschwitzt, hat aber auch kein Fieber. Nur gelegentlich, alle zwei, drei Tage, kommt da irgendwie so ein merkwürdiger Schwitzschuh. Und zwar so weit, das war bei dieser, eigentlich war das eine wunderbare Frau, eine Unternehmerin, so, dass sie das Nachthemd zwei, dreimal nachts wechseln muss. Das ist also schon krass. Und da muss das schon eine Ursache für da sein. Wir suchen also die Ursache, wir untersuchen das Blut, wir stellen die Antikörper fest, manchmal kann man es auch im Blut direkt nachweisen, ist aber nicht einfach, weil die chronische Infektion gebiert eben halt nicht so schnell irgendwelche Bildchen unter dem Mikroskop. So viel Zeit hat keiner. Und wir haben natürlich eben halt in diesem Falle für uns persönlich einen Hinweis, dem gehen wir nach. Und das sind diese Dinge, die wir eben halt unbedingt berücksichtigen wollen und müssen. Das heißt, unser Motto ist, den Sachen immer auf den Grund zu gehen. Und auf der anderen Seite, da gab es mal einen schönen Artikel im Tagesspiegel über mich, da sagt die Journalistin zu mir, ja, was machen Sie denn eigentlich? Ja, was machen Sie denn da genau? Ja, ich sage, wie soll ich das Ihnen erklären? Ich mache eigentlich Puzzlearbeit am Patienten. Ja, wir suchen alle Puzzlesteine und wenn wir den letzten gefunden haben, dann haben wir das ganze Bild. Und diese Puzzlesteine bestehen natürlich aus dem ganzen Bereich der Medizin. Das heißt, wir gucken uns ja nicht, wie das jetzt in der Anmoderation vielleicht so aussieht, nur die Infektionen an, sondern wir gucken uns das Immunsystem an. Wir gucken uns die Nährstoffsituation an. Oft gibt es da Mängel. Wir gucken uns das Hormonsystem an. Wir gehen umweltmedizinisch, wie ich gesagt habe, toxikologisch, von Metall in den Mund bis zu Titanimplantaten oder wuchzelbehandelte Zähne. Wir gucken uns das Gerinnungssystem an. Wir gucken uns die Genetik an, zum Beispiel auch. Denn es gibt ja Prädispositionen. Es gibt ja Menschen, die leichter erkranken. Wir gucken uns alle umweltmedizinischen Aspekte der Toxine an, der Schwermetalle, der Schimmelpilze, des Elektrosmogs und natürlich auch das vegetative Nervensystem. Und das ist der Ansatz eigentlich der Functional Medicine, der Systemic Medicine oder System Medicine. Und es gibt auch eine Systems Biology mittlerweile, wo wir eben halt versuchen, den Dingen auf den Grund zu gehen und dann über die verschiedenen Dots die Verbindung herzustellen oder über die verschiedenen Puzzlesteine eigentlich das ganze Bild zu erhalten. Und wir nehmen in dem Sinne auch, so wie ich das jetzt auch bei dem Sender QS24 in meinem neuen Format habe, wir nehmen eigentlich die Krankheiten unter die Lupe. Das heißt, ich mache die alte Scherle-Colmes-Arbeit und bin Detektiv. Wenn Sie jetzt alle Puzzlesteine zusammen haben, wie schaut denn die Therapie aus? Das ist eine gute Frage. Zunächst ist es natürlich mal so, wir müssen sehen, ob der Patient Defizite hat, sei es immunologische Defizite, entweder schäumt das Immunsystem über, es reagiert autoimmun oder es ist geschwächt. Dann haben wir schon mal drei unterschiedliche Ausgangspositionen. Dann haben wir natürlich auch in dem Bereich der Mängel, der Hormone und so weiter, haben wir Lücken. Die schließen wir, denn was wir wissen, ist sowohl die Entgiftung, die wir ja auch machen, ist anstrengend. Wir wissen aber auch, dass die Therapie grundsätzlich, wenn sie zum Beispiel antiparasitär ist oder antibakteriell in diesem Falle, dann wissen wir ganz genau, das ist sehr, sehr anstrengend. Das ist wirklich ein Gang nach Canossa und dafür muss der Patient erstmal vorbereitet sein. Das heißt, wir gucken uns natürlich dann auf der Zellebene an, was hat der für einen ATP-Wert zum Beispiel. Und wenn der jetzt einen ganz niederen ATP-Wert hat, hat also sozusagen keine Scheite mehr im Ofen und der ist auch entsprechend untertemperiert. Wer keine Scheite im Ofen hat, der friert. Wir haben das ja gerade bei den Wärmepumpen so mitbekommen, was da so läuft. Und wir müssen also dann sehen, dass wir da ein paar Holzscheiter aufwerfen. Meistens ist das dann Schilddrüsenhormon, was wir geben, bevor wir den Patienten die anstrengenden Therapien erstmal zumuten, nämlich die Entgiftung und natürlich auch die antiinfektive Therapie. Und interessant ist der Zusammenhang zwischen der Temperatur des Patienten und seinen Beschwerden. und wir sehen eben halt, dass eigentlich die Schilddrüse das A und O ist, übrigens auch umweltmedizinisch, denn die meisten Toxine haben einen sehr negativen Einfluss auf die Funktion der Schilddrüse, aber auch auf die Rezeptoren des Schilddrüsenhormons und da können raffinierte Störungen auftreten. Wenn der Patient aber vielleicht durch die Mutter geerbt als Disposition eine Unterfunktion der Schilddrüse hat, dann können wir schon, und das muss im Vorfeld gemacht werden, können wir schon die Temperatur von dem Patienten messen lassen im Mund über 6-7 Tage, bei Frauen manchmal wegen der Periode auch länger und sehen dann schon, dass die Durchschnittstemperatur deutlich unter dem Normaldurchschnitt liegt, nämlich unter 36,8. Das ist für uns der erste Hinweis, nicht Beweis, aber der erste Hinweis, dass seine Temperatur gestört ist. Und wer friert gerne? Keiner, aber der friert, das wissen wir, der hat auch ein frierendes Immunsystem, der hat eine frierende Libido, der hat einen frierenden Metabolismus und deshalb nennen wir das Hypometabolismus. Und aus diesem Hypometabolismus, den wir durchaus mit der Hibernation der Engländer vergleichen können, das ist der Winterschlaf sozusagen beim Bär, der aber, wenn er im Winterschlaf ist, gar nicht raus muss. Der geht nicht zum Aldi, der geht nicht zum Notar, der muss sich nicht vermehren, der braucht auch nicht den Ofen zu stochen, der liegt da einfach geschützt. Wir aber haben viele Bärinnen und Bären, die im Winterschlaf Zustand sind und durch die Gegend laufen und die sich dann in der Schlange anstecken können oder eben beim Knutschen, beim Sexualverkehr oder bei sonstigen Liebeleien können die sich entsprechend natürlich infizieren oder der Hund kann sie kontaminieren oder die Flöhe oder die Zecken können so einen Menschen beißen und können dann Erreger übertragen. Und jetzt kommt die tragische Kombination zwischen den Hormonen, Schilddrüsenhormonen, entweder nicht genug produziert oder nicht effektiv genug am Rezeptor. Jetzt ist der Patient nicht in der Lage, das abzuwehren und jetzt kommen wir auf das, was Sie eben gefragt haben. Dieser Patient bekommt ihn einen chronischen Krankheitszustand und wenn man jetzt nichts weiß von den möglichen Infektionen, die dafür die Verantwortung tragen oder übernehmen müssen oder der Arzt, den die Verantwortung übernehmen muss, wenn er nämlich nicht weiß, was die chronischen Infektionen letztendlich ausmachen beziehungsweise welche Erreger diesen zugrunde liegen können, dann sucht er auch nicht und dann sagt man okay, du hast was an der Schilddrüse, du kriegst jetzt Schilddrüsenhormonen, aber er ist ja schon zwei, drei, vier, fünf Jahre, manche sagen sogar schon seit meiner Kindheit war ich immer eine Frostbeule und diese Menschen sind dann anfällig und das wissen wir, denn das ist ja nicht mein Wissen, was hier wichtig ist, sondern es gibt so viele große Köpfe, die vor mir gelebt haben, die das alles auch verewigt haben in Büchern oder in entsprechenden Publikationen, das ist auch das Translationale sozusagen an der Medizin, die ich mache, das heißt, wir gucken direkt auf die Publikationen, die alten und die neuen, seien es Bücher, graue Literatur oder wissenschaftliche Literatur und die haben wir natürlich im Kopf oder gucken gegebenenfalls noch selektiv für jeden Patienten nach und dadurch haben wir natürlich ein ganz anderes Arsenal an Kenntnissen oder an Zusammenhängen und können aus dem chronischen Patienten dann deutlich hervor die Hormonmängel, die Mikronährstoffmängel, die Energiemängel, nicht ATP, also auch Mitochondropathie spielt eine ganz große Rolle, der Darm wird untersucht, Mikrobiom und dann erkennen wir auch bei unseren raffinierten Untersuchungen mit ungefähr acht bis zwölf Laboren arbeiten wir zusammen, dass hier doch versteckte Keime, Tuberkulose manchmal, Lebra selten, ich habe natürlich auch Lebrafälle gehabt, aber die sind relativ selten heute geworden in Europa, gibt es aber auch noch in Europa die Lebra, nicht vergessen, habe viele in London behandelt, aber hier verstecken sich dann zum Beispiel die Brutzelose, ja, plötzliche Knochenprobleme, die über ein, zwei, drei, vier, fünf Jahre anhalten, was ist gewesen, Kontakt mit einem Hund, ja, der mit Rohfutter gefüttert war, hat sich da die Frau angesteckt, war bei den besten Orthopäden Deutschlands, aber der wusste nichts von Brutzelose, wir haben die Brutzelose diagnostiziert und der Defekt, den sie hatte, der zu erheblichen Schmerzen geführt hat im Rücken, den konnten wir also lokalisieren und konnten auch entsprechende Zuordnung machen zu der Brutzelose, die wurde behandelt und dann waren die Schmerzen zum ersten Mal weg. Oder chronische Myokarditis, ja, führt zu Schwäche, führt zu Müdigkeit, Erschöpfung und nicht immer sind die EKGs so eindeutig oder auch die Laborwerte so eindeutig, dass man direkt auf die Ursache kommt. Wir prüfen dann die wesentlichen Erreger alle nach, die Myokarditis machen können, wieder die Brutzelose, wieder die Borreliose, die Rickettschenspiel eine ganz große Rolle, eine riesige Gruppe von auch über Zecken übertragenden Erreger, wir haben die Myskoplasmen, wir haben die Chlamydien, also alles Erreger, die alle bekannt sind, über die viel publiziert worden ist und was wir dann eben halt sehen, wenn wir diese Dinge anwenden, vor allem diese Laboruntersuchung, finden wir immer wieder, dass die Leute nicht nur eine, sondern zwei, drei, fünf bis zu zehn laufende Infektionskrankheiten haben, die nach klassischer Definition nicht nur im IgG positiv sind, sondern auch im IgA und im IgM. Und dann, die Frage war ja eigentlich, wie gehen wir dann therapeutisch vor, indem wir systematisch stufenweise den wieder in seiner Gesundheit aufbauen, die Energie wieder zurückkehren lassen, die Mikronährstoffe ergänzen, die Entgiftung betreiben, wenn er dann soweit ist, wenn er wieder fit ist und auch das aushalten kann, dann gehen wir selektiv auf die Erreger, die man manchmal in Gruppen behandeln kann, denn es gibt bestimmte intrazellulierwirkende, zum Beispiel Anti-Infektiva, von Kräutern bis Antibiotika, wir mischen die teilweise auch, die Therapien, das ist ganz wichtig, denn ich kenne ja aus der Tropenmedizin auch die Kräuter wie Artemisinin zum Beispiel, was ein Antimalariamittel ist, was heute in vielen Antimalariamitteln als Kombinationspräparat enthalten ist, das hat eine antivirale Wirkung, das hat eine antibakterielle und antiparasitäre Wirkung, auch als Wurmtherapie begleiten kann man das einsetzen und dann geben wir natürlich Spezifika, das ist ganz klar, also die typischen klassischen Antiparasitika gegen Würmer, die wir auch sehr häufig als Kuh-Infektionen sozusagen sehen, Ascaris, dann auch der Zwergfadenwurm, den man sich durch nackte Füße erholen kann, wenn man im Wald, im Garten oder auch im Ausland herumläuft, hatte ich jetzt gerade einen Patienten, der war im Barfußhotel, also von der Bar bis die Toilette mit nackten Füßen im Sand und er hatte massiven brechreiz, morgens früh schon vor dem Zähneputzen und sagte, Doktor, ich bin völlig verzweifelt, ich sage, Junge, wo warst du denn? Er sagte, ich war auf den Malediven, ich sage, Malediven, was hast du da gemacht? Ich war im Barfußhotel. Wie, du warst im Barfußhotel? Ich sage, vom Klo bist du da bar? Genau, dann weiß ich, was du hast. Da hat er noch nicht mal seinen Po auf meinen Stuhl gesetzt. Dann habe ich ihm gesagt, du hast eine Zwergfadenwurminfektion. Ja, Doktor, du hast mich doch noch gar nicht untersucht, das kannst du doch nicht sagen. Ich sage, wir untersuchen das, haben im Trockeninstitut in Hamburg das Blut untersucht, Antikörper, Stongolidis, behandelt, nach drei Tagen rief er an, Doktor, herzlich Glückwunsch, alle Beschwerden sind weg. Die Übelkeit war weg, haben wir nochmal nachbehandelt. Wir sehen also, die Reisen spielen eine Rolle, das Umfeld spielt eine Rolle, die Tiere spielen eine Rolle. Ich rate keinem Katze oder Hund abzugeben, bitte kauft euch noch eine neue, aber wisst genau, wie beim Autofahrt, wenn ich Auto fahre, muss ich mich anschnallen. Und dann fummel ich auch nicht am Handy rum, sondern ich halte das Handy in der Tasche oder es liegt hinten auf dem Sitz. Und das sind die Dinge, die wir wissen müssen. Wir müssen mehr Wissen akquirieren, was die Hygiene angeht. Dies hat mir meine Großmutter beigebracht, die hatte nur vier Stuhl, Schulpflichtjahre sozusagen, mehr hatte die nicht. Und sie hatte aber das alles im Kopf. Wir müssen also heute wieder unser altes Wissen entdecken. Wir müssen das Wissen kombinieren. Wir müssen wieder in die ganzen Spachten hinein. Und aus dem Grunde, weil das so erfolgreich ist, haben wir natürlich eine Online-Fortbildung gestaltet seit einiger Zeit für Ärzte, für Zahnärzte, Heilpraktiker, auch Gesundheitscoaches, wo ich dann die 50 Jahre Erfahrung, ich bin ja schon 73, da habe ich ja mehr verraten, sie sind bestimmt noch ein bisschen jünger als ich, aber wie gesagt, in den 50 Jahren Erfahrung, da habe ich das eben halt umsetzen können, mit eben halt den vielen, vielen Patienten in verschiedenen Praxen, aber auch in verschiedenen Instituten, wo ich gearbeitet habe. Und das habe ich in 50 Stunden Ausbildung zusammengefasst. Das wollte ich nämlich gerade fragen. Ihr Wissen ist verfügbar, nicht nur in Ihrem Kopf, sondern man kann es bei Ihnen abholen sozusagen. Genau so ist das. Und wir haben das so wunderbar gemacht. Und da danke ich auch meinem Team im Hintergrund. Da sind ein paar sehr, sehr kluge Köpfe, sehr aktive, dynamische Köpfe. Wir arbeiten gerne und viel. Und wir haben das alles eben halt nicht nur zu Papier gebracht, denn wir haben auch ein wunderbares Handbuch geschrieben, fast 300 Seiten Therapiehandbuch, was ziemlich gezielt auf diese Infektion und chronische Infektion ausgerichtet ist, aber auch das ganze Umfeld beschreibt, bis zu den Quellen, wo man was beziehen kann, wo die Literatur ist, welche Hinweise es gibt und so weiter. Und was wir machen, sind natürlich eben halt diese meistens drei bis dreieinhalb Stunden langen Abende, die aber als Videos jetzt zur Verfügung stehen, sodass man jederzeit online über meine Homepage rolfjansenrossek.de ohne Punkt und Komma, also Rolf Jansen Rosek, Rosek mit Doppel S, ICK, wie das Ross und die Ecke, da kann man eben halt sich auch über mein Team zum Beispiel, wenn einem das mal interessiert, den ersten Fortbildungsabend kostenfrei runterladen und sich das einfach mal angucken und zu sehen, was da so gemacht wird und wie ich mit den Themen halt umgehe, so ein bisschen, wie ich es jetzt hier auch mache, sehr spannend, sehr dynamisch und mit viel Erfahrung und wir haben eben halt wunderbare Bezüge, die sich über das ganze riesige Feld der Medizin, der Biologie, der Veterinärmedizin und in Zusammenarbeit letztendlich über die vielen Jahre auch mit diesen Spachten der Medizin und auch teilweise der Medizin angrenzenden Wissenschaften eben halt doch die Erfahrung ganz klar fixiert haben in diesem Kurs und das ist sehr spannend, weil wir zum Beispiel auch Zahnärzte drin haben, die biologische Zahnärzte sind, die uns eben halt teilweise als Gäste auch, und das machen wir immer im Kurs, immer mal einen Gast hineinbringen aus den angrenzenden Bereichen der Medizin, damit man auch intensiv weiß, wo letztendlich auch, wie früher das ja hieß, Herde sein können. Im Zahnbereich können Herde sein, im Hals können Herde sein, in der Nase können Herde sein und all diese Akten, die haben wir zusammengebracht in 50 Stunden und wer da Interesse hat, der sollte einfach mal auf die Seite gehen und sich einfach mal zur Probe diese wunderbaren ersten Abend anhören. Super, dann schalten wir jetzt den Werbeblock und zwar derzeit, dass wir diese Information nochmal unter das Video, ja, dass jeder dort nachgucken kann, wo er sich bei Ihnen melden kann oder wo er das Buch bekommt. Sehr schön. Wunderbar. Okay. Herr Kollege, dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank. Das war ein toller Ritt quer durch die Infektionologie. Ihr Halt ab vor dem, was Sie da alles zusammengetragen haben. Ganz herzlichen Dank und ich würde mich freuen, wenn eben Kollegen auch Interesse daran haben und vielleicht so ein bisschen neugierig geworden sind jetzt auch auf dieses Thema, denn es ist ein Thema, was sehr seit weit verbreitet ist. Die Müdigkeit ist eigentlich eine Immunmüdigkeit und hier kann man schon sagen, wer dauerhaft müde ist, was sich also nicht nur über ein, zwei Tage, sondern über Monate unter Umständen jetzt hinzieht, der muss einfach prüfen, ob er nicht doch infiziert ist, vielleicht sogar mit mehreren Erregern, damit man frühzeitig präventiv handeln kann. Das ist ganz entscheidend wichtig. Super. Herzlichen Dank und frohes Schaffen. Wir sind auf den GOT